Was sein muss, muss sein. Was sein wird, wird sein. Lebendig sein ist das konzentrierte Atmen unterschiedlicher Ordnungen. Vergnügt sein geht überreiß sein. Bewusst sein schafft Bewusstsein. Mensch sein heißt Ich sein und Du sein. Gut sein heißt Glücklich sein. Mensch sein heißt Bewusstsein und Verantwortlich sein. Mensch sein in sich, sein in seinen Freuden, sein in der Welt.